Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir sind hier immer noch. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Hauptquest ist. Hier in diesem Hauptquest Dungeon. Noch unterwegs. Unten haben wir noch ein bisschen was, was wir looten müssen, was wir noch mitnehmen müssen. Hier irgendwo. War es doch der Weg, oder? Da unten auf jeden Fall. Warte mal. Wir sind dran vorbei. Wir hätten hierhin gemusst. Einmal hoch, dann... Ja. Ich glaube, ich reste hier mal ganz kurz. Und dann nicht hier runterfallen, sondern die Treppe runter. Muss aufhören, so viel zu rennen. Und ich renne einfach trotzdem weiter. Aber den einen Dude müssen wir... Hier ist noch eine Tür. Wie kommst du, dass wir diese Tür vergessen haben? Komm, geh auf. Sesam, öffne dich. Wer ist Jewel of the Bay? Okay. Und das war nicht der Dude? Ich glaube, das war der... Ne? Also doch, der Dude. Ja. So, dann haben wir hier unten jetzt alles erledigt. Dann können wir jetzt wieder ganz normal nach oben. Ich dachte, ich falle hier runter. Und dann müssen wir... Wenn wir jetzt hier hoch gehen, noch mal schauen, was fehlt uns in dem Bereich. Noch ein bisschen was. Dann gehen wir da mal durch. War das jetzt hier geradeaus? Ja. Noch nicht die Tür, sondern da hinten durch. Und dann... Ne, Moment mal. Doch, hier richtig. Hier sind wir schon richtig. Genau. Und dann hier hoch. Und dann hier hoch. Und dann müsste genau hier die Treppe. Aber wenn wir erstmal hier rumgehen und dann da hin, da fehlt noch was. So, genau. So, genau. Durch diese Tür. Und dann... Ja. Hier. Hier ist es, was uns fehlt. Aua. Nein. Warte. Äh... Ne, Spellbook. Äh... Free Action. Das hat er jetzt nicht erwartet. Was hat er? Ebony Tanto. Und Steel Helm. Okay. Steel brauchen wir nicht. Wir haben Adamantium Helm. Das können wir nichts machen mit. Und hier geht's auch noch weiter. Jo. Geht kaputt. Hier ist nichts. Das heißt dann hier. Alter, noch mal nach oben. Dann gehen wir zuerst... Hier durch. Ah, jetzt sind wir hier ganz oben. Okay. Jetzt sind wir hier ganz oben. In dem... Ne. Ist wieder ein ganz eigener Bereich. Okay. Hier hängen ein paar Köpfe. Da ist jemand tot. Hier sind mehrere tot. Äh... Was denn jetzt los? Ah. Ich war wieder... Der... Free Action. Zauber hatte... Nicht mehr gewirkt. So. Nehmen wir mit. So. Der hat nichts. Jo. Aber... Wo kommen wir hier jetzt... Überall hin? Ja. Dann gehen wir hier mal weiter. Die hatten wir nach und die haben allesamt nichts. Alter. Wo geht's hier hin? Die haben auch nichts. Jo. Mein Wagen wird gleich definitiv bis zum Rand gefüllt sein. Ah. Okay. Jetzt sind wir wieder hier angelangt. Wenn wir hier wieder zurückgehen. Gab's da ja noch einen weiteren Weg. Oder gab's hier noch eine Geheimtür? Nein. Aber hier ging's noch weiter. Komm. Ja. Geh auf. Sesam öffne dich. Okay. Das hier ist... Ein schönes Zimmer. Aber... Nichts drinne. Nichts zum mitnehmen. Keine Questgegenstände. Kein Loot. Gar nichts. Fehlt uns noch hier der Bereich. Oh. Hallo. So. Was hat der jetzt eigentlich gemacht? Was hat der jetzt eigentlich gemacht? Oh. Irgendwo hat sich was bewegt. Ah. 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 Hier geht's runter. Aber auch langsam runter. So. Wo bin ich jetzt? Neuer Bereich. Ich hab keine Ahnung was die machen. Also für was die jetzt sind. Für welche. Hier geht's aber auch nochmal ganz runter. Ganz vorsichtig. So. Warum zoomen wir auch immer so weit raus hier? Warum macht er das automatisch? Verstehe ich nicht. Der kommt hier runter. Okay. Das heißt wir können hier gleich wieder hoch. Da bin ich jetzt gespannt wo wir hier ankommen werden. Da kommt er schon. So. Und nach oben bitte. Boah. Ist da langsam. Ah ok. Jetzt sind wir hier. Das da müssen wir einmal irgendwie gleich bewegen. Ich glaube hier das lassen wir mal unten. Dann können wir so hochklettern. Ach. Ach ok. Was dahinter ist würde ich gerne wissen. Das werden wir wahrscheinlich nicht weiter erfahren. Oder beziehungsweise nicht jetzt. So. Der hat nichts. So. Haben wir hier mit viel. Brauchen wir nicht. Was ist das? Leather. Ja. 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 Wir haben schon das beste. Wir haben hier. Ja. 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 So. Sein Gold nehmen wir mit. Ich höre hier auch jemand Großes. Okay, wo geht's zurück? Alter, so weit müssen wir jetzt zurück? Ach du Scheiße. Das wird ein langer Weg. Okay, aber hier geht's auch noch weiter. So, ich glaube Seinsdach können wir nicht mitnehmen. Doch, da konnten wir noch alles mitnehmen. Lass ich mir raten, da können wir nicht durch. Nee, ich glaube eher nicht. Jo. Von der können wir nichts mehr mitnehmen. Doch, eine Sache. Ja, dann halt 30. Jetzt sind wir voll. Das heißt, wir müssen gleich den Weg hier wieder zurückfinden. Und ich glaube nicht, dass wir hier wieder zurückkommen. Hierhin müssen wir den Weg wieder hin finden. So. Da geht's nicht weiter. Das heißt, diesen Weg hier komplett wieder zurück. Ist das jetzt der richtige? Ja. Irgendwo hier ist noch ein Monster. Irgendwo hier in der Nähe. So. Genau, dann hier den ganzen Weg durch. Durch diese ganzen Räume. Dann hier. Alter, ist das ein Irrgarten. Ich glaube, hier lang. Und dann da hin. Hier könnten wir auch nochmal hoch. Aber ich glaube... Nee, hier kommen wir nicht weiter. Ich glaube, hier sind wir falsch. Irgendwo sind wir falsch abgebogen. Ich glaube, wir müssen doch bis da hinten hindurch. So. Okay, wir sind wieder hier. Das heißt, dann da durch. Gehe ich mal von aus. Ja, das müsste das sein. So. Hoppla. So. Wo? Und dann hier müssen wir... Welchen Weg nehmen, um nach da hinten zu kommen? Hier hin. Welche Richtung gucken wir jetzt gerade? Da. Ja. Dann haben wir es gleich wieder. So hoffe ich's. Nee. Haben wir nicht. Alter. Wie komme ich nach Hause? Wie komme ich zurück? Digga. Wie riesig ist denn das? Will ich hier hin? Also doch, dieser Weg. Dann hier so runter, da hin. Ist das... Ist das echt heftig hier jetzt. So riesig. So, jetzt sind wir erstmal wieder hier. Autsch. Gut, dann gehen wir hier rum. Ne, wenn wir hier nach ganz unten gehen. Doch. Könnten wir von hier da rum. Also noch einmal runter. Was bewegt sich jetzt? Nicht das. Aber auch nicht das. Ist das Falsche? Das war der Richtige? Okay. Egal. Ja, jetzt erstmal abwarten, bis wir unten sind. Nö, 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 nö. Vielleicht können wir einmal kurz so machen. Jo. Was sagt denn jetzt mein Level? 80% haben wir geschafft. So. Dann ab hier. Müssen wir nach ganz oben? Gehe ich mal von aus? Ne, nicht nach ganz oben. Aber hier ist was auch noch offen. Oh. So, damit der wieder runter kann. Aber wie? Wir versuchen mal das da. Auf der Seite. Hä, wie komme ich jetzt wieder raus? Ich will nach Hause. Also nicht unbedingt jetzt nach Hause, aber ich will zumindest raus. Boah. So. Können wir eh nichts mitnehmen. Können wir auch gerade nicht mitnehmen, die Spur. Lass ich mir raten, dass er jetzt unten irgendwas aufgemacht hat. Okay, hier gab es jetzt nichts. Komm, irgendwas muss das jetzt hier aufgemacht haben. Ja, das hat das da aufgemacht. Und gebracht hat es mir nichts hier. Okay, dann können wir oben das Ding wieder andersrum machen. Aber ey, ich will jetzt hier irgendwie mal vorankommen. Okay. Ich will hier rauskommen, ja? Was war denn eigentlich der Weg hier raus? Wenn wir hier jetzt hochgehen, müsste es doch uns rausbringen, oder? Wir sind ja von hier irgendwie in das Gebiet gekommen, also ich glaube, es könnte der Weg hier sein. Jetzt noch mal schauen. Dann, da oben ist ja auch noch eine Tür. Ich glaube aber auch, dass wir von hier hierhin kamen. Ja, wir sind jetzt wieder hier. Dann müsste das hier der Weg sein. Ich hoffe es. Und wenn wir hier jetzt nach oben gehen würden, wären wir wieder... Ja, dann wären wir wieder im selben Bereich. Wenn wir hier gerade ausgehen. Und dann hier hin. Nee, warte mal. Hier rum, da rum. Das müsste es sein. Das hier müsste der Weg sein. Doch, durch diese Räume hier. Dann hier nochmal schauen. Wo muss ich entlang? Hier hin. Nur schon hier rein. Genau, und dann hier. Ich hoffe, das ist jetzt noch der richtige Weg. Wenn wir jetzt hier unten rum entlang... Ja, sieht bisher danach aus. Und dann hier da. Bitte sag mir, das ist jetzt... ...das Gebiet. Ja. Wenn wir hier entlang gehen. Wo sind wir jetzt? Hier. Genau, wenn wir hier jetzt entlang gehen. Gerade aus. Und dann die Treppe hoch. Die hier irgendwo sein müsste. Nee, hier noch nicht. Hier sind wir zu weit. Aber hier... ...müssten wir jetzt gleich... Genau, jetzt sind wir auf der richtigen Ebene. Im richtigen Bereich. Können wir hier gleich... Ja, wir sind da. So. Können wir alles wieder rausschmeißen. Aus den Taschen. Und wir haben hier schon ordentlich was mitgenommen. Wieder mal. Auch gute Sachen, die wir vielleicht gut verkaufen können. Wo ich hoffe, dass wir nicht wieder so einen Brief bekommen für. So, und dann müssen wir jetzt noch mal... Weißt du was? Wir gehen zuerst hier rein. Machen aber auch noch ein Safe Game. Jetzt wieder mal. Weil wir es geschafft haben, hierhin wieder zurückzukommen. Und hier fehlt uns ja noch einiges. Dann gehen wir... ...einmal jetzt hier entlang. Autsch. Was für ein Zauber. Ah, da manche noch ein Swat. Nice. Und hier geht's auch noch weiter. Alter. Das ist ja riesig hier. Alter, ich hab jetzt wegen den Dingern hier erschrocken. Wo bin ich da? Wie groß wollen wir unsere Dungeons machen? Ja. Okay. Hier ist Nick. Immerhin. Ich will die jetzt auch nicht zu groß haben. Hier die Dun... Boah, gut. So, dann noch hier runter. In den Keller. Waren wir hier schon? Jo, hier waren wir tatsächlich schon. Okay. Dann. Einmal gucken. Oder wir gehen jetzt noch einmal zurück. So, hier lang war das wahrscheinlich. So, und dann noch hier nach oben. Autsch. So, der hat nichts. Können wir hier auch noch einmal resten. Und hier liegen ein paar Schätzchen. Nice. Und noch eine Geheimtür. Die nirgendwo hinbringt. So, auch noch alles mitnehmen. Wir müssen gleich wieder unsere Taschen leeren. Und wagen. Achso, das ist für das da oben. Und hier gibt es sonst nichts. Doch, hier eine Tür. Und hier ist es noch ein paar Schätzchen. Okay, das müssen wir uns wahrscheinlich in den unteren Bereich noch nicht. Alter, wo, wo bringt es uns? Ah, okay. Wenn wir jetzt wieder runtergehen. Ja, okay. Dann halt so. Okay, den haben wir auch erledigt. Die Quest. Den Werwold musst wir ja finden. Da ist die Tür. Gibt es hier sonst noch was? Ja. Sonst gibt es hier glaube ich nichts. Das hier müsste der Ausgang sein. Okay, in einem kompletten neuen Bereich. Oh, wir haben gleich keinen Inventarplatz mehr. So und wieder. So, wo sind wir? Ah, nice. Das heißt, hier nach oben. War das der Weg? Richtig, ja. Dann Chilang. So, aber zwei Bereiche fehlen uns noch. Die wir erledigen müssen. So, remove'n wir einmal alles. Jo, Wagen ist auch bald voll. Unglaublich. So, und Gold haben wir. 3050. 3050. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir wieder hier hin? Ne, nicht hier hin. Hier hin. Oder weißt du was? Wir brauchen den Bereich nicht. Wir gehen einfach. Wir gehen einfach. Wir haben es hier durch. Wir sind hier fertig. Wir haben alles erledigt, was gemacht werden muss. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir mal unseren ganzen Stuff hier verkaufen und die Quest abgeben. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und Tschau! Ich bin's, ich bin's. Tschau! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020